Ari Du wirst sehen, ich werde jetzt meine Show da oben kriegen Was für eine Show? Denkst du, die geben dir eine Radiosendung? Jam von Vanessa und so, der meinte zu mir, komm her, ich mach deine Show Er heißt nicht Vanessa Was ist der sonst? Er heißt Vanessa heißt er Du wirst sehen, ich krieg jetzt mal besser diese Show Ari, warum packst du deine Jacke da oben? Ja, Hotel Page, komm gleich, pack die Jacke da oben Na, keiner weiß, dass du hier bist, Mann Ich weiß nicht, dass ich hier bin Ist der behindert Ari, was machst du da? Was denn? Was machst du da? Ist das Miami? Ob das Miami ist? Das ist Miami, oder? Wir sind in Berlin, Alter Wir sind doch aber von lange gefahren Mit dem Fahrstuhl Ari Die Erde ist flach Wie geht's? Danke mir auch Ähm, wo ist Jam? Welcher Jam? Der, der Run It hier gemacht hat Was soll das sein? Run It? Verstehe ich mich? Run It? Rennen Verstehe ich mich? Wer ist es? Ja, es ist kein Jam Was denn? Jam, sie meint doch zu mir Jam Das ist der Radiosender Jam FM, was hat Jam damit zu tun? Jam ist doch ein türkischer Name Wer war denn der Radiosender? Der ist hier Ja, wo ist dieser Jam? Was willst du denn hier überhaupt? Er meintest du mir, ich soll hier eine Show machen? So eine Show? Ja, jeder kommt und sagt, er macht eine Show Er meint mal Lester, aber der hat doch nicht gesagt, mach eine Show Ich ruf ihn mal schnell an Achy, ist dein Arm gerade? Achy, ist dein Arm gerade? Was denn? Du willst eine Radiosender Ja? Ja, wir müssen erstmal so tun Achy, die schmeißen uns raus Achy, die schmeißen uns raus Die schmeißen uns raus Natürlich schmeißen die uns raus Sei doch froh, dass die überhaupt Run It gespielt haben Wo ist denn dieser, dieser, dieser Vanessa? Welcher Vanessa Mann? Kennst du den? Wer ist das? Das ist doch dieser David Hasslichkopf Was? David Hasslichkopf, der hat so einen großen hässlichen Kopf Achy, bitte lass uns hier ein Wo ist Vanessa? Wo ist Vanessa? Das ist Vanessa Mann War dieser Typ, mit dem du telefoniert hast Vanessa meinst du? Hä? Wer bist du? Hast du Vanessa gesehen? Hä? Vanessa, Vanessa Achy, was machst du denn hier? Kannst du mal aufhören rumzuschreien Das ist On-Air-Sendung, Alter Achy, ich hab dir gesagt, übertreib mich Was soll denn das, Mann? Ich weiß nicht Achy, geh mal jetzt Was machst du denn hier? Lass mich doch mal was essen davon, Mann Was willst du denn überhaupt hier? Ich will meine Show hier haben Was für eine Show? Abudi, warum sagst du, du hast mit Vanessa geredet Und Vanessa meinst du dir das eine Show gibt Was für Vanessa? Mal besser, ja Ey Wann hab ich dir gesagt, dass du hier eine Show kriegst? Als wir letztes Mal telefoniert haben Ich hab dir gesagt Abudi, ich hab mit dir telefoniert Hab gesagt, ich spiel seinen Dance-Holgedoodle ein, zwei Mal Was bringst du ihn überhaupt mit hier? Ich weiß doch, hab ich ihm doch auch gesagt Er hat mich hergebracht Ich will meine Show, Mann Was? Du willst deine Show? Du sollst hier nicht mehr sitzen Was willst du denn von mir? Ich will meine... Wann darf ich auf Sendung nehmen? Was für eine Show willst du überhaupt machen? Keine Ahnung, ich will irgendwas machen Was denn? Modenshow Autohaus-Show Im Radio Im Radio, ja Du hast doch nicht mal Ideen, was du im Radio machen willst Ich hab zwei Ideen Zwei Hände Hast du wirklich Ideen? Ja Zehn Minuten gebe ich dir Fünf Tage Was? Dein Ernst? 93,6 Stunden Deal Zehn Minuten Vier Stunden Zwei Stunden Und niemals länger als zwei Stunden Zwei Stunden eine Minute Du willst ihm jetzt wirklich eine zwei Stunden Radioshow geben Der geht mir so auf die Nerven Was soll ich denn machen? Der geht doch nicht, oder? Was meinst du was an dem Radio dann machen? Gehst du ihn raus? Deal Deal Was soll jetzt? Das war ein Fehler, glaub mir 2 19 2 1 2 2 3 2 4